Am Freitag geht es bei Software-Architektur im Screen mal wieder um das Thema Frontend-Architektur. Zu Gast sind Franzi, Joy und Lukas. Joy, magst du erzählen, worum es genau geht? Ja, wir haben bei unseren letzten beiden Terminen schon Diskussionen über Frontend-Architektur als Ganzes gehabt, aber wir haben noch nicht das Thema Integration angesprochen und das wollen wir dieses Mal nachholen. Dabei gibt es ganz viele verschiedene Muster und auch wie beim letzten Mal stellen wir die einfach alle vor und lassen euch selbst entscheiden, welche euch am besten gefallen. Wir hoffen, dass ihr einschaltet und zahlreiche Fragen mitbringt. Dann bis Freitag bei Software-Architektur im Screen.